Herzlich willkommen mal wieder zu einer Ausgabe von Kaulis probiert es aus und zwar diesmal mal wieder einen gesüßten Whisky. Irgendwie haben es mir die ja angetan und im Regal gab es wieder was Neues, nämlich Jack Daniels Tennessee Honey. Also mal wieder Whisky mit Honig. Das hatten wir ja schon bei Jim Beam und jetzt ist es auf Jack Daniels hinterhergezogen. Wir sehen hier schon, die Biene ist nicht zu übersehen, sie ist sogar leicht erhaben. Schön gemacht, das entsprechende Etikett. 35 Volumenprozent haben wir dabei und 0,7 Liter befinden sich in der Flasche. Alles sehr ähnlich wie bei Jim Beam. Hier sehen wir noch ein bisschen so ein paar Symbole, dass das Ganze natürlich ganz toll ist und einen tollen Flavor hat. Und dass es die höchste Qualität ist und dass das Ganze auch noch in Deutschland hergestellt ist. Beziehungsweise zumindest irgendwie mit Hamburg zu tun hat, aber auch mit Tennessee irgendwie zumindest. Und ansonsten ein bisschen Zuckerlikör. Da steht es nochmal schwarz auf weiß. Also da weiß man doch, worauf man sich einlässt. In Amerika ist das Teil übrigens schon 2011 erschienen und erst jetzt noch. Keine Ahnung, was da für eine Marketingstrategie dahinter steht. Aber das Wichtigste ist ja nicht nur die Flasche, sondern auch das, was drin ist. Also machen wir oben mal auf und gucken, was sich dann da drin befindet. Und ich kann schon so viel verraten. Es wird golden gelb sein und sogar noch ein Tick gelber und beziehungsweise heller, als es beim Jim Beam der Fall war. Ja, da muss man auch schon genau hingucken. So, welch edler Verschluss. Ein Plastik-Schraubverschluss eröffnet sich uns, wenn wir dann endlich mal das ganze Plastik da entfernt haben. Und nochmal Plastik drehen. Und schon können wir reingucken. Was sehen wir da? Ja, erstmal den Verschluss und dann die Flüssigkeit. Das Ganze basiert übrigens auf dem Standard-Whiskey von Jack Daniels, dem Old Number 7. Dann kommen wir zu der schon angekündigten Vergleichsflüssigkeit. Nicht blau, nicht rot, nein, auch gelb. Nämlich der Jim Beam Honey. Schon etwas länger auf dem Markt. Jim Beam hat ja mit diesen Likören auf Whisky-Basis schon etwas früher angefangen. Die haben immerhin eine schwangere Frau noch auf dem Etikett. Aber ansonsten auch 35 Volumenprozent und auch alles andere. Zumindest was den Umfang angeht, gleich. Auch beim Jim Beam natürlich 200 Jahre Tradition. Und ein paar Bienen drauf, ein paar Bienenwaben. Auch nett gestylt. Aber man merkt, wenn man den Text durchliest, durchaus einen nicht völlig von Hand zu weisen Unterschied. In der Vermutung, dass hier nicht nur die Werbetexter gewirkt haben. Beim Jack Daniels steht nämlich With Notes of Honey. Und beim Jim Beam, da steht sogar mit richtigem Honey. Ja, was ist denn nun was? Also es klingt zumindest so, als wenn dem Jim Beam richtige Honigtropfen drin wären. Und im Jack Daniels nur eben so ein Honiggeschmack. Nun ja, wichtig ist ja, was draus kommt. Und in diesem Fall nicht nur hinten, sondern vorne und oben. Nämlich hier die Getränke. Da haben wir sie einmal. Jim Beam Honey. Und in das andere Glas. Und zwar, damit die Spannung ein bisschen hoch gehalten wird, wird natürlich mit der Hand direkt davor gehalten. Dann den Jack Daniels. Und man sieht hier schon, und ich kann es bestätigen, in der Realität ist es auch so, Der Jack Daniel ist einen ganz kleinen Tick heller als der Jim Beam. Ja, man muss allerdings schon sehr genau hingucken. Und ob das jetzt den Ausschlag gibt, da wäre ich jetzt mal skeptisch. Ja, aber flüssig sind sie beide. Ist also nicht nur Honig. Und jetzt gucken wir uns mal den Test an. So, da ist er dann, unser Tester mit den beiden Vergleichsflüssigkeiten. Als erstes nimmt er sich den Jim Beam Honey, riecht dran. Und dann den Jack Daniels riecht auch dran. Und man merkt schon an seinem Gesichtsausdruck, so viel großen Unterschied gibt es da allem anscheinend nicht. Und der Jack Daniels vielleicht einen kleinen Tick mehr Honig. Mehr Whisky? Ja. Bisschen mehr Honig. Ja, wie gesagt, ein Jim Beam bisschen mehr Whisky in Jack Daniels. Vom Geruch her mehr Honig. Mal sehen, ob es am Geschmack sich dann auch niederschlägt. Einmal geschlürft. Und zumindest der Jim Beam Honey war okay. Den haben wir ja hier auch schon mal gesprochen. Und der ist durchaus ja nicht völlig durchgefallen. Jetzt gucken wir den Jack Daniels mal an. Natürlich erstmal den Mund etwas schweinigen. Und eigentlich hätte man jetzt noch eine Flasche Wasser daneben stellen sollen. Da haben wir wieder gespart. Schmeckt noch mehr nach Honig. Ja. Dann, das ist es. Jack Daniels schmeckt noch einen Tick mehr nach Honig. Aber die Unterschiede sind wirklich marginal, muss man zugeben. Und das, was man so auf entsprechenden anderen Tests so liest, das Ganze sei auch noch irgendwie wie Ahorn und wie Vanille, wie Kaffee, wie Pfefferminze. Das habe ich jetzt so nicht rausgeschmeckt. Beziehungsweise hat der Tester nicht so rausgeschmeckt. Und nun ja, es ist eben Honig mit Whisky. Und das merkt man noch mehr beim Jim Beam als beim Jack Daniels. Aber trinken kann man sie beide. Das kann man so. Ja, wie sieht man es? Also, er ist ein bisschen unentschlossen. Die Unterschiede scheinen also nicht so gut zu sehen. Ja, da nimmt er sich einfach mal beide Flaschen. Was denn dann auch empfohlen wird und auf der Webseite auch von Jack Daniels gesagt wird mit dem Rezept, man soll es doch mal mit Ginger Ale mixen. Oder auch mit Tonic oder mit irgendwelchen Limonaden. Aber Ginger Ale sei eben ganz klasse. Da steht vier Zentiliter Jack Daniels Tennessee Honey rein und dann Ginger Ale. Ob Liter dann drauf soll oder ein paar Zentiliter, stand da nicht. Wir versuchen hier mal irgendwie so eine Schweppes Ginger Ale goldene Mitte. Farblich zumindest passen ja schon die beiden. Also, da muss man nicht unbedingt vermuten, dass da irgendwas sich zusammenmengt. Und wir sehen schon, es schäumt. Das hat allerdings mit dem Dinter Ale zu tun. Zumindest sieht es in diesem Glas schon mal gar nicht so schlecht aus. Könnte ja vielleicht das neue Innengetränk sein. Und unser Tester riecht schon mal dran. Ja, und dann frischen Mutes, frisch, frommfröhlich, frei geschluckt. Und so, also schmeckt wie Ginger Ale mit ein bisschen Honig drin. Und ein ganz leichter eben Whisky-Geschmack auch dabei. Ginger Ale. Ein Getränk mit Honig-Geschmack. Ja, genau. Im Getränk vielleicht jetzt nicht, aber kann man mal. Und dann gerade mit Eis durchaus erfrischen. Da wollen wir jetzt auch ein ganzes Glas von austrinken. Aber zum Testen war es okay. Also, kurz gesagt, so viel Unterschied zum entsprechenden Honey von Jim Beam gibt es bei Jack Daniels nicht. Der allerdings trotzdem noch ein bisschen teurer, zumindest in meinem Laden war. Und ja, mit Ginger Ale durchaus mal eine Versuchung wert. Und ob es denn dann gleich eine ganze Kiste von der Flasche wird, da wäre ich mal skeptisch. Das war es dann auch für heute. Und Prost. Tschüss. Tschüss.